75% aller Frauen erleiden in ihrem Leben eine Vulvo-Vaginal-Kandidose oder auch Pilz genannt. Ist also eine super häufige Erkrankung, die viele Frauen betreffen, auch schwangere Frauen betreffen. Und die Frage ist natürlich immer groß, wie erkenne ich es, dass das jetzt ein Pilz ist, was für Symptome gibt es und vor allen Dingen, welche Therapiemöglichkeiten. Da gibt es doch diese Hausmittelchen, hat mir doch die Oma schon erzählt. Da soll man doch irgendwie Honig drauf tun, Joghurt, Quark, Knoblauch, also es gibt ganz, ganz viele Hausmittelchen. Die gehen wir heute im Detail einmal durch. Welche Hausmittel bewirken denn wirklich etwas und welche sind eher gefährlich? Und ihr erfahrt jetzt auch alles zum Thema Pilz. Wo kommt er her, was kann er machen und wie ist es überhaupt in der Schwangerschaft, wenn man dort einen Pilz hat? Viel Spaß in diesem Video. 75% ist eine ziemlich krasse Zahl. Drei von vier Frauen bekommen in ihrem Leben einen Pilz und 5% davon wiederum bekommen es auch chronisch, das heißt immer mal wieder einen Scheidenpilz. Und ein Drittel aller schwangeren Frauen hat zum Zeitpunkt des Geburtstermins schon mal einen Scheidenpilz gehabt oder hat ihn aktuell. Auch diese Zahl ist gar nicht so zu vernachlässigen, denn so ein Scheidenpilz kann in der Schwangerschaft zum Beispiel auch gar nicht so ungefährlich sein. Sonst bei nicht schwangeren Frauen ist er sehr, sehr lästig, denn die Symptome sind fast immer gleich. Ein Jucken, ein Brennen, so ein weißlicher, krümlicher Ausfluss, den man auf einmal hat und eine Schwellung des Genitalbereichs. Insgesamt eine super unangenehme Geschichte. Und wie fängt man sich so einen Pilz überhaupt ein, beziehungsweise wieso bekommt man den Pilz jetzt häufiger als vielleicht andere Frauen? Es gibt nämlich Risikokonstellationen, zum Beispiel wenn du eine Zuckerkrankheit hast, einen Diabetes mellitus, hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit einen Scheidenpilz zu bekommen. Auch schwangere Frauen bekommen höhere Wahrscheinlichkeit einen Scheidenpilz. Immunsupprimierte, das heißt immungeschwächte Patienten, zum Beispiel auch Aids-Patienten oder auch Patienten, die häufig und viel sexuell aktiv sind, auch Sexarbeiterinnen bekommen sehr, sehr häufig einen Scheidenpilz. Da sieht man schon, irgendwie hat das ja auch mit einem Ping-Pong-Effekt zu tun, dass man den sich von anderen Leuten zuziehen kann. Und genau das ist auch ein Punkt, zu dem ich noch später zu sprechen komme, die Hygiene, wenn man einen Scheidenpilz denn hat. Für uns Ärzte ist das meistens eine klassische Blickdiagnose. Das heißt, wir haben die Geschichte, die ihr uns erzählt habt, mit dem weißen, krümlichen Ausfluss und dem Jucken und dem Brennen schon im Hinterkopf und schauen dann drauf und können schon sagen, das sieht sehr nach Pilz aus. Zur Sicherheit können wir noch ein mikroskopisches Präparat anlegen. Wir gucken uns das Ganze nochmal unter dem Mikroskop an und da sieht man typischerweise diese Pilzmycel. Und da kann man dann mit ganzer Wahrscheinlichkeit sagen, okay, das ist jetzt leider ein Scheidenpilz, aber keine Bange, denn er ist relativ gut und leicht zu behandeln. Und nicht wundern, beim Arztbesuch wird bestimmt auch gefragt, ob der Partner denn auch ähnliche Symptome hat, denn meistens ist es ein Pingpong-Effekt, dass man es von irgendwem anders sich zugezogen hat und da muss natürlich auch der Partner oder die Partnerin mitbehandelt werden, weil sonst geht das ganze Spielchen wieder von vorne los. Es ist auch ganz, ganz wichtig, das im Hinterkopf zu haben, dass wenn du einen Scheidenpilz hast, das auf jeden Fall dann so kommunizierst, zu Hause erzählst und auch sagst du, wenn du solche Beschwerden hast, dann sag bitte frühzeitig Bescheid, denn es kann sein, dass du meinen Pilz hast oder ich deinen Pilz habe. Also das ist wie bei jeder anderen Geschlechtskrankheit. Oftmals herrscht dieser Pingpong-Effekt, dass man sich eben diese Erkrankung immer und immer wieder zuzieht, weil man den Partner nicht mitbehandelt oder weil die Partnerin nicht mitbehandelt wird. Ganz, ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle. Und wie kommt es jetzt überhaupt zum Scheidenpilz? Ihr habt mit Sicherheit diesen Begriff Scheidenflora schon mal gehört oder auch Lactobacillen, die Milchsäurebakterien, die diese Scheidenflora herstellen. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei der Pilzinfektion. Und ich habe auch zu diesem Thema mal in einem Blogartikel etwas geschrieben. Da geht es um Vaginal Seeding. Das heißt, dass Kaiserschnitt-Bibys eben mit dem Vaginalsekret beträufelt werden, um eben diese Keime auf das Kind zu übertragen, damit der Darm richtig gut in Wallung kommt. Ist aber ein anderer Punkt. Noch mal zurück zur Flora. In der Scheide herrscht ein ganz spezielles Milieu, was so ein bisschen sauer ist. Also der pH von 4 bis 5, das ist so ein normaler pH. 7 wäre ein ganz neutraler pH. Das heißt, wir sind unter 7 eher im sauren Bereich. Und da soll das Ganze auch bleiben. Wird das durch irgendwelche äußeren Einflüsse oder zum Beispiel Antibiotika irgendwie gestört? Diese Lactobacillen gehen kaputt, weil du nimmst jetzt Antibiotika, weil du ein Schnupfen hast oder irgendetwas. Und diese Lactobacillen sind weg. Und dann kippt dieses Milieu komplett um. Es ist wie vielleicht so ein Teich, den man sich vorstellen kann. So ein Biotop, wo alles im Gleichgewicht ist. Und auf einmal nimmt man die ganzen Fische raus und dann kippt der ganze Teich um. Ist jetzt ein bisschen ein weit hergeholtes Beispiel, aber vielleicht kannst du es dir so besser merken. Und so herrscht da auch ein gutes Gleichgewicht. Und sobald dieses Gleichgewicht eben gestört wird, können sich andere Infektionen in der Scheide ausbreiten. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei der Therapie gleich. Denn es geht darum, dieses Scheidenmilieu möglichst wiederherzustellen, damit dieses Gleichgewicht auch wieder steht. Und eine Pilzinfektion kommt eben dann zustande, wenn dort das Gleichgewicht gestört ist. Und dann ist es natürlich auch nachhaltig gestört, weil jetzt ist dieser Pilz da. Und die Bakterien, die du so brauchst für dein Scheidenmilieu, haben keine Chance mehr. Und wenn wir über die Therapie von Scheidenpilz sprechen, dann kommen auch gleich die Hausmittelchen zum Vorschein, die wir alle so schön ergoogeln können. Und ich habe mich tatsächlich auch mal hingesetzt, habe angefangen zu googeln und war überrascht, was zum Teil sich in den Genitalbereich geschmiert wird, um einen Scheidenpilz loszuwerden. Also das war schon recht spannend. Aber bevor man über die Option chemische Keule, also wirklich die Medikamente, die gegen so einen Pilz eben wirken, nachdenkt oder aber auch die Hausmittel, die es da auf der Gegenseite gibt, muss man auch immer im Hinterkopf behalten oder immer schauen, wie schwer ist denn die Ausprägung? Ist das jetzt ein anfänglicher, leichter Scheidenpilz, den man vielleicht tatsächlich noch mit einem Hausmittel behandeln kann? Oder ist das schon so eklatant, dass man da eben direkt zur chemischen Keule greifen sollte? Und was man absolut im Hinterkopf behalten sollte, wenn du schwanger bist, dann gelten nochmal ganz andere Regeln, verschärfte Regeln. Da komme ich später auch nochmal zu. Ganz kurzen Abstecher aber noch zum Thema Hygiene oder auch Prävention, weil es mir einfach extrem wichtig ist. Ich habe es vorhin schon angedeutet, dieser Ping-Pong-Effekt, den gilt es eben zu vermeiden. Und diese Maßnahmen, die wir jetzt gleich erzählen, sind auch präventiv. Das heißt, das vermeidet, dass du eventuell einen Scheidenpilz bekommst, einfach weil man gesehen hat, dass so eine Geschlechtskrankheit in dem Sinne eben auch übertragbar ist. Und so ist ein Pilz eben auch übertragbar. Das heißt, bitte keine Handtücher teilen, die Waschlappen nicht teilen, nicht nacheinander in die Badewanne gehen, wenn vorher der Mensch mit dem Pilz eben in der Badewanne war. All das vermeiden. Diese Sachen, die man da genutzt hat, reckige Unterwäsche möglichst auch getrennt aufbewahren und dann auch getrennt waschen. Und mit waschen meine ich wirklich kochen. Bei 90 Grad über ein paar Minuten abkochen, damit wirklich die letzte Pilzzelle auch vernichtet wird. Dann ist es ganz, ganz wichtig, nicht synthetische oder sehr eng anliegende Unterwäsche zu tragen, weil man eben da eine Durchlüftung möchte. Das möchte man übrigens auch im Allgemeinen, im Genitalbereich. Das heißt, wenn du zu Hause nur synthetische, eng anliegende Unterwäsche hast, dann ist da wirklich die Prädisposition für einen Pilz sehr, sehr hoch, weil es eben so ein warmes, feuchtes Milieu ist, ohne dass Luft drankommt, lieben Pilze ohne Ende. Deswegen, da ist ganz wichtig, auf etwas weitere Omi-Schlüpper vielleicht zurückzugreifen, die aus Baumwolle sind. Ja, die sind nicht super sexy, die sind ja auch nicht super schön, aber sie helfen eben ungemein, um mit dem Pilz ein wenig früher klarzukommen. Dann sollte man auf eine möglichst gesunde Intimhygiene achten. Das heißt, ich betone das deswegen so, weil die meisten jetzt anfangen, auf einmal mit der größten Scheuermilch und unten rum zu schrubben, wie sonst was, weil sie sich ekeln, weil sie denken, was habe ich denn da? Das ist sehr kontraproduktiv. Also dort einfach mit maximal Seifenwasser, warmem Seifenwasser für Sauberkeit sorgen und danach auch gut abtrocknen. In der Zeit sollte man wirklich auch tunlichst auf Tampons vermeiden, weil man hat einfach Angst, dort herrscht ja jetzt schon, dieses Milieu ist schon aus dem Gleichgewicht gebracht und man hat einfach Angst jetzt vor einer sogenannten Superinfektion, das heißt, zu dem Pilz kommt, weil das Gleichgewicht eben gestört ist, jetzt auch noch eine bakterielle Infektion dazu und das wird natürlich besonders verursacht durch Tampons. Warmes, feuchtes Gebiet, das ist perfekt für Bakterien und für das weitere Wachstum. Deswegen sollte man da möglichst drauf verzichten, jetzt auch noch Tampons zu benutzen. Und wenn wir schon von Scheinmilieu und Gleichgewicht und Lactobacillen sprechen, dann sollte man auf jeden Fall dieses Milieu und diese Flora wiederherstellen. Und das klappt besonders gut auch mit solchen Zäpfchen, die eben solche Bazillen enthalten, die die Scheide braucht, um wieder das Gleichgewicht herzustellen, gibt es in jeder Apotheke. Ich darf natürlich hier keine Namen nennen, sonst kriege ich wieder von der Firma B Ärger, weil ich Firma A genannt habe. Aber ihr könnt mir glauben, in jeder Apotheke gibt es solche Scheidentabletten oder Scheidenzäpfchen, um eben da die Flora zu unterstützen, sich selbst wieder zu regenerieren. Und jetzt kriegen wir einen wunderbaren Übergang, ich bin ganz stolz auf mich, zu den Hausmitteln. Denn da gibt es ja auch so einige Hausmittelchen, die doch die Flora unterstützen sollen und das Milieu wiederherstellen sollen. Thema Quark, Thema Joghurt, Thema Honig, Chili, Knoblauch, Essig. So, und dann kommen wir zu den Hausmittelchen. Und ich habe mir meinen Laptop mal geschnappt und habe auch einfach mal drauf losgegoogelt. Ich habe jetzt einen Scheidenpilz und ich möchte wissen, was kann ich tun, damit ich diesen Scheidenpilz möglichst schonend, also ohne Chemie, und möglichst langfristig los werde. Und ich bin echt auf die krassesten Hausmittel gestoßen. Ich werde jetzt nur mal so die 3, 4, 5 häufigst genannten durchkauen mit euch, also nicht wirklich durchkauen, sondern besprechen mit euch und mal erklären, warum es vielleicht sogar gefährlich ist, das zu benutzen, was vielleicht eventuell wirken kann oder ob das alles totaler Humbug ist. Und ich möchte starten mit dem Klassiker Joghurt oder Quark. Man sagt ja, dass in Joghurt und Quark Laktobazillen drin sind, das heißt diese Bakterien, die wir auch eigentlich möchten im Scheidenmilieu und dass so Magerquark oder auch Joghurt relativ sauer ist vom pH. Und das ist ja auch das, was wir eigentlich wollen, um dieses Gleichgewicht wieder herzubekommen. Und ihr merkt schon an meiner Einführung, dass das auch Sinn machen kann. Man sagt dem Joghurt und dem Quark aber auch nach, dass da natürlich auch andere Bakzillen und Keime drin sein können, die eventuell dieses ganze Milieu auch stören können. Deswegen ist jetzt nicht Joghurt und Quark das Allheilmittel, aber es schadet wirklich am allerwenigsten. Das muss man so formulieren, so dass man das, wenn man jetzt anfänglich einen Scheidenpilz hat und es ist noch nicht eine ganz schlimme Ausprägung, das mit Joghurt und Quark definitiv probieren kann, um dieses Scheidenmilieu wieder herzubekommen. Und es kühlt auch ungemein, so dass man sagen kann, dieser Juckreiz wird auch einigermaßen gemindert. Aber Joghurt und Quark, so oft und so viel man das auch liest, ist nicht das Allheilmittel schlechthin, dass man sagt, damit geht jeder Pilz weg und alles ist safe, sondern es kann helfen, muss aber nicht unbedingt helfen. Die nächsten Punkte, die ich besprechen möchte, da fasse ich ein paar Öle zusammen, das ist zum Beispiel Olivenöl, Kokosöl, Teebaumöl und auch den Honig möchte ich auch noch mit reinnehmen, weil die alle fallen auch so ein bisschen unter die Sparte von Joghurt und Quark, können helfen, müssen aber nicht helfen und schaden aber meistens nicht. Der Hintergrund ist, dass zum Beispiel sehr zuckerhaltige Medien oder auch ölhaltiges Medium nicht die perfekten Voraussetzungen sind, für irgendwelche Organismen sich dort weiter zu entwickeln. Außerdem spricht man dem Öl natürlich eine lindernde Wirkung nach. Man kennt das vielleicht auch von irgendwelchen Bädern oder auch Gesichtsmasken, wo Öl drin ist. Das legt sich also wie so ein Film über die Haut und schützt natürlich auch die Haut so einigermaßen. Was man aber auf keinen Fall vergessen sollte, ist der hygienische Aspekt. Wenn man sich vorstellt, man schmiert da unten mit Honig und Öl rum und da hängt auch vieles dann dran. Wer das kennt, mal mit so öligen Füßen zum Beispiel über einen Teppich zu gehen, wo gerade der Hund langgelaufen ist, da bleibt einiges hängen und so ist es natürlich auch, wenn man dann da die Unterwäsche draufzieht, da muss man auch wieder den hygienischen Aspekt so ein bisschen im Hintergrund behalten. Das heißt, auch nicht die Allheilmethode, aber schadet wenig. Dann kommen so ein paar Sachen, Apfelessig, Knoblauch, Chili, das habe ich tatsächlich alles ernsthaft in irgendwelchen Foren gefunden, dass man sich das auf infizierte Wunde stellen, schmieren soll, die im Genitalbereich sind. und da denke ich mir, muss man doch auch mal ein bisschen logisch dran denken, wenn ich mir jetzt eine schlimme Schürfwunde am Arm zuziehe, schmiere ich da Chili drauf oder Knoblauch oder Essig. Also ich glaube, ich verstehe den Hintergrund, dass das irgendwie desinfizierend sein soll und irgendwie, keine Ahnung, was diese Pilze abtöten soll, ist aber absoluter Humbug und bitte nicht machen. Also erstens, brennt das wie Feuer, es kann es nur schlimmer machen. Das Scheidenmilieu wird, auch die Bakterien, die gut sind, werden natürlich durch so Chili oder auch durch solche aggressiven Mittel abgetötet. Essig zum Beispiel, da hat man keinen Benefit von, wenn man seine normale Flora, die man vielleicht noch ein bisschen hat, dann auch noch mit abtötet. Das macht es tatsächlich nur schlimmer und es muss brennen wie Feuer. Also ich kann es mir nur vorstellen und ich habe das wirklich ernsthaft gelesen, dass das hier Frauen anpreisen, weil sie sich das unten hingeschmiert haben, so eine Chili-Schote damit eingeregen haben. Macht das bitte nicht. Also ihr könnt es machen, aber empfehlenswert wäre es meinerseits auf gar keinen Fall. Und dann wurden auch noch so ein paar Sitzbäder angesprochen. Rausnehmen möchte ich die Kamillensitzbäder, weil Kamille ist tatsächlich nachweislich auch entzündungshemmend und es ist auf jeden Fall mildernd. Ist eine gute Sache, um einfach ein bisschen Linderung zu verschaffen beim Juckreiz. Aber Achtung, bitte nicht unbedingt in die Badewanne setzen, sondern es wirklich bei den Sitzbädern belassen, weil man sich vorstellen kann, da werden natürlich auch solche Pilzzellen und Pilzsporen losgelöst und die schwimmen in der ganzen Badewanne rum, wo ihr drin liegt, wo vielleicht später das Kind oder der Partner noch mit baden wollen. Also Sitzbäder, dabei sollte es belassen sein. Da gibt es auch tatsächlich richtige Sitzbäder zu kaufen, wo man sich reinsetzen kann. Es muss jetzt nicht unbedingt die Badewanne sein. Abschließend noch ein Wort zur Pilzinfektion in der Schwangerschaft. Da, man kann es immer gerne mit Hausmitteln probieren, ist überhaupt kein Problem, aber in der Schwangerschaft sollte man wirklich vor allen Dingen vier bis sechs Wochen vor dem Geburtstermin dafür sorgen, dass man diese Pilzinfektion beseitigt und das wirklich mit Chemie, also mit den Mitteln, die wirklich gegen diese Pilze gerichtet sind. Denn das ist nicht ungefährlich. Auch in der frühen Schwangerschaftswoche, wenn man Pilz hat, so Pilz führt auch immer dazu, dass man sich irgendwie doch Bakterien zuzieht. Die Bakterien können aufsteigen und können auch an der Fruchtblase Schaden anrichten, sodass es doch zu früh Geburtsbestrebungen kommt. Und auch gerade vor dem Geburtstermin kann diese Pilzinfektion auch gefährlich werden für ein Kind, was dann durch diesen Geburtskanal geht, wo eben eine Pilzinfektion herrscht. Das ist nicht lustig mit einem Immunsystem, was noch nicht 100% ausgebildet ist. Deswegen eine Pilzinfektion in der Schwangerschaft sollte behandelt werden und zwar richtig behandelt werden und nicht mit Chilischoten. Also das als abschließendes Wort möchte ich euch noch mit auf den Weg geben und vor allen Dingen auch in der Familie darauf achten, dass man, sobald eine Pilzinfektion bei einem Familienmitglied auftritt, da Hygienemaßnahmen einfach etabliert, um diesen Ping-Pong-Effekt in der Familie oder auch mit Partnern nicht aufkommen zu lassen. Ich glaube, dann ist alles zur Pilzinfektion gesagt. Eine lästige, aber sehr häufige Erkrankung, die aber sehr gut zu behandeln ist und vor allen Dingen sehr gut in der Prävention, wenn man eben verhindert, dass man eine Pilzinfektion bekommt. In diesem Sinne hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst es mich bitte auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben wissen. Abonniert mich auch bei Instagram, Facebook, Twitter. Das war's. Gut, bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal.